So, da sind wir wieder, ne? Und zwar, heute Madhouse Madness. Ist eben hier, ist ein Horrorgame. Und zwar, da sind wir ein Stripper, Leute. Wir sind ein Streamer. Machen eine Lost Place Tour mit dem Stream. Ich hab sogar hier einen Rucksack, ne? Wie ein echter Streamer, der unterwegs ist. Wenn's mal aufgehen, Würde, Reizverschluss hängen. So, was haben wir hier? Wir haben Kaffee mit. Kaffee, ganz wichtig, Leute. Für unterwegs, dass wir in der Mühle werden im Stream. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Wege. It's the Stream beginning, Alter. The Stream is fine. Oh, wir haben eben Viewer, Leute. Guckt euch. 19 Viewer. Wir sind live, Leute. Live-Stream is starting soon. Das Stream geht gleich los, Leute. Unser Stream geht gleich los, ja. Wir sind hier live gerade. Der Chat ist am Boom. Leute, wir gehen jetzt hier rein. Neuer Lost Place, Alter. Ah, nice. Guckt euch das mal an. Wir gehen jetzt hier rein. Der Stream ist vorbereitet. Sind hier in den Wald und haben nichts anderes zu tun, als mitten in der Nacht mit einem Stream in irgend so ein altes, verlassenes Gebäude zu gehen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um hier reinzukommen. Erst mal. Geil. Ich muss erst mal einen Weg reinfinden. Dann können wir gerne hier reingehen in das Haus. Guckt mal, hier geht was rein. Oh, mein Gott, Alter. Okay, okay. Okay, das war bloß ein Info, dass ich einen anderen Weg reingefunden habe hier. Leute, wir sind drin, wir sind drin. Ich würde sagen, wir gucken erst mal hier drin, ob hier irgendwas ist. Hä, hä. Vielleicht kommt ja der Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, bist du hier? Oh, ich habe Gänsehaut, ey. Haha, hallo. Ich sage euch, das wird der Stream meines Lebens hier. Ist viel zu ruhig, das Game. Das ist viel zu ruhig. Haha, was war denn jetzt? Oh, mein Gott, Mann. Hallo? Ist da der Huggy Wuggy? Oder so? Eins in den Chat, wenn man jetzt hier durch soll. Müsst du wirklich hier eins, eins, eins? Das wäre am gruseligsten los. Oh, mein Gott, Mann. Oh, mein fucking Gott, Alter. Oh, mein Gott. Danke für deine neuen Dollar. Alter, das ist heftig. Das ist heftig, Diggi. Was ist das überhaupt für ein Haus? Oh, mein Gott, Alter. Was war denn das? Ey, hier spuckt es, Leute. Ich will hier raus. Oh, mein Gott, ey, Mann. Ey, ich kriege es nicht. Ohne Scheiß. Ey, das ist Wahnsinn. So eine Erkundung. Nicht so ein Haus. Im Stream, stimmt. Real Life, ey. Ich würde ohne Scheiß. Ich hätte Durchfall. Ich könnte anhand meines Durchfalls zurückverfolgen, wo ich herkomme. Ey, danke für deine 100 Dollar Donation hier, ähm, Donald Duck. Knack, knack. Ich bin Donald Duck. Knack, knack. Oh, mein Gott, Alter. Danke für deine Donation. Oh, hallo, hä? Ich bin's. Oh, wow, 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 wow. Kannst du noch nicht lesen, die Lamp ist zufällig. Nee, ist eine Frage. Oh, mein Gott, Alter. Oh, Alter. Da schreibt eben, dass der Haus is not real. Hä? Das ist schon real. Keine Sorge. Äh, natürlich geht die jetzt auf. Och, Mann. Ich hab keinen Bock. Na ja, dann gehen wir mal hier rein, ne? Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Was zum Teufel war das jetzt, äh? Danke für deine 100 Dollar. Was war denn das jetzt, äh? Ach, du Scheiße. Hallo? Mr. Monster, sind sie hier drinnen? Oder so. Uh, ich komm mal rein. Tür stand offen. Ich muss hier raus, Leute. Oh, mein Gott, Mann. Wer bist du denn? Was zum Teufel war denn das jetzt, äh? Oh, oh, hier kommt irgendwas runter. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Mach die Tür zu, hier kommt irgendwas. Ich höre Steps, Leute, ich höre Steps, Mann. Your signal is lost. Oh, mein. Wir müssen raus, ja. Wir müssen jetzt nämlich wieder raus an den Computer. Wir müssen den Stream wieder starten. Hä, ganz wichtig, ne? Ha, ah, da sind sie ja. Geil, wir haben den Stream. Den Stream, äh, Moskau-San, Leute. Der Stream ist gesund, ne? Entschuldigung, dass wir kurz weg waren. Äh, wir hatten gerade eh ein kleines Problem. Naja, gut, ne? Geh mal wieder. Sind wir wieder da? Ich denke mal, sowas wie ein Speiseraum hier. Ah, du Arschloch. Oh, mein Gott, Mann. Chat, das habt ihr nicht umsehen, oder? In einem unbekanntem Land, wo nicht allzu langer Zeit... Hier ist jemand, ich kann es fühlen. Ha, ha, ha. It seems like a true story. Ey, thanks for the 100 Dollar, Mann. This is a very good, Mann. I feel this, Mann. I feel this 100 Dollar donation. Because I'm hearing, ähm, kids lachen in this house. Because I'm willing raus. I'm willing, äh, sofort raus. Because I have not a Bock mehr. I must, in English speaking, because I have a English speaking, äh, chat. I hope you can me understand this. Oh, no, this door is unlocked. Hehe, I not, I not can rein, not. Okay, then I go in woandersin'. I go hoch. Oh, no! This is a ghost. Ha, ha, ha. Mittel gegen Stardustor. Donated 2 Dollars. Ey, thanks, Mann. Thanks for this 2 Dollars. Ey, freie mich übel. Naja, da gehen wir hier, dann. Ah, du Arschloch. I, äh, nur ein Tourist. I, äh, not, I, äh, I, nur, nur ein Strieber, ey. The ghost is away. Oh, mein Gott, Mann. Du Arschloch. Hier ist, äh, gut Clou. For dinners and, and everything. Hier, go out to, äh, irgendwo hin. Ja, dann werden wir mal hier lang weitergehen. Ja, du Rindvieh. Schon nicht wieder der Affe, Alter. Ich krieg ne Macke, Mann. Okay, Jumpscare mal getriggert. Du kleine, kleine, kleine Biene. Ah, la, 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 la. Ha, 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 ha. Ich kann's nimmer, ich will's nimmer. Ja, lol, hier ist was. Ah, ich hab's gefunden. Nice, und hier ist ein Keyman. Wir haben auf jeden Fall einen Keyman. Mit dem Key müssen wir bestimmt jetzt irgendwas aufkien. Das ist ganz schön dunkel hier drin. Ah, das Tor ist open. Ha, ha, ha. We go, we go inside the Tor, okay? In the Kellerroom oder so. Okay, wir können hier... Oh, Digger. Hallo? Ha, ha. Oh, mein Gott, du Rindvieh, du elendest, Alter. Was geht denn bei... Oh, Digger. Ein Ort will hier rein, Mann. Because I muss hier rein. Because das Triemass goes on. Und da Monika? Irgendwas von diesem Geist gerade gefunden. Irgendwas Personalisiertes. Bohnen, der Objekt. Okay, wir müssen dieses Objekt verbrennen, Leute. Was ich gerade eingesammelt habe. In Ornen, in Begon, den Land. Worn ist schon allzu langer Zeit. Da war eine Biene sehr bekannt. Oh, Alter. W-A-Z-A-A-A-A-A-P. Einig Spiritus oder so. Also, das Krasse ist, der Chat, der reagiert wirklich darauf, was hier so passiert noch in dem Spiel. Das ist das Geile. Das ist schon echt realistisch. Schreiben zwar viel Bullshit, aber der Chat reagiert wirklich darauf, wo du hier bist, was du hier machst. Ich hab doch keinen Knacks, Alter. Wenn ich einen Knacks hätte, dann würde ich ihn nicht knacken. Ja, ja. Ja, ja. Und, äh, das Objekt verbrennen. Ganz langsam und vorsichtig in Richtung Friedhof gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt hier nur auf den Friedhof. Ganz alleine. Oh, ne Bote. Du Halt, Herr Schwede. Ich hätte mir fast eingeschissen, Mann. Wir müssen jetzt die Mundhaare-Monika verbrennen, Mann. Dornig dem... Ah, hier. Haha. Brennen. Da ist er ja. Thank you. Thank you. Für was? Wir haben ihn erlöst. Wir haben ihn erlöst. Ja, gut. Das war's game, Leute. Das war's game. Ein Horrorgame, wo man als Streamer einen Lost Place erkundet, wo es dann anfängt zu spuken. Heftige, ähm, Atmosphäre. Das war die Demo auf jeden Fall zum Madhouse Madness. Ganz okay. Da krieg ich noch eine Donation rein. Nice. Ich würd sagen, geh immer wieder heben gehen. Das war wohl immer eine Besichtigung. Oh ja, da würd ich sagen, haut rein, ne. Checkt die anderen Videos ab, gerne, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch was. Macht's gut.